In meinem letzten Vlog mit dem Mikrolino musste ich den Teil mit meiner Mutter rausschneiden, weil er einfach zu lang war. Aber ich möchte das der Welt sicher nicht vorenthalten. There you go. Enjoy! Okay, feel free to open the door. Der Fahrer muss zuerst rein, sonst geht das nämlich nicht. Ich halte die Tür. Okay, stopp! Lass nochmal, Bremse, Gas. Ja, mehr braucht es nicht. Hat es auch Finger zum Anschnallen? Ja, einmal feste Drehen. Hey, Geilo, Dach! Ich wusste genau, dass es das Erste ist, was du sagst. Deswegen habe ich es noch nicht in meinem Video erwähnt. Gerne so fahren? Ja, selbstverständlich. Ich sehe jetzt aber nicht, ob das Auto schon läuft oder nicht. Weil es so hell ist. Ke Palle. Doch, jetzt ist es an. Das ist der Rückwärtsgang. Und? Du? Das ist der Rückwärtsgang, wollte ich dir jetzt erklären. Das ist das Geräusch vom Auto. Du hast, glaube ich, einfach die nicht sonst oder so. Ja, hab ich. Aber... Brumm, ist das falsche Wort? Du hörst den... Summen. Das. Ja, das. Ja, aber es ist so leise. Wie hörst du das überhaupt? Das ist der Hinteschickgang. Und wo siehst du, dass der Hinteschick ist? Ja, wenn es dunkel ist, leuchtet es grün. Aber das ist jetzt halt, weil du das Dach offen haben willst. Du hast nun keine... Du hast nichts mehr. Doch, der ist grün. Ja, aber du hast nun keine Lade mehr. Lade? Ja. Was willst du für eine Lade? Das Handy? Nein, du hast wenig Power. Ist das die Handbremse? Oh mein Gott. Echt, ich habe es bis hierhin geschafft. Guck, jetzt macht wieder eines Licht aus hier. Ah, hier sehen wir also ein bisschen die schönen Farben. Ja, eben. Aber da guckt schon der Kopf ein bisschen raus, ne? Der Social Distance-Thing ist in dem Auto. Schmuck gegeben. Ups, der fährt aber dicht auf. Wohin? Hinter dir. Das meinst du nur. Guck mal, wie kurz die sind. Ach so. Hast du einen Blinker? Ja. Ich kann noch näher, der hat keine Nase. Gar keine? So gut wie keine. Schon herzig, oder? Ja. Sehr nationell. Ist das toll. Hallo. Stell dir mal vor, du fährst mit dem 1400 Kilometer nach Dänemark. Ja, genau. Zack. Zack. Die Mitte ist zu. Die Mitte ist ganz nah. Mann Servus. Das zusammen. Die Mitte ist wirklich anders. Jetzt muss ich dir noch einmal右 I joserst das. Als Beispiel, ihn teilen. Dann ist er. Ed